Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Oh Mann ey. Achso, das hätte ich noch machen können, letzten Partner, es ist schon wurscht. Na gut. Wir haben ein Schlüsselsteinchen, ein weiteres und wir sind im Hauptding. Mal cool. Bevor ich es einsetze und eventuell eine Katastrophe auslöse, werde ich wieder vorsichtshalber speichern gehen. Was soll denn das hasen? Ich bin kein besorgter Typ. Halt! Bevor wir uns weiter schulen, ausbilden lassen, ähm, nicht so langsam, bevor die Tür aufschlagen geht natürlich nicht. Ähm, wollte ich jetzt eigentlich schnell den Schlüssel da aktivieren. Wir haben den Schlüssel gefunden, voll cool. Ähm, ich würde sagen, nehmen wir wieder, nehmen wir eine von hier nochmal, ne? Ich würde sagen, den da. Was haben wir da Schönes? Wow, eine Spritze. Zwei Stück? Wow, cool. Das ist cool. Sehr gut. So. Und weiter geht's. Hier können wir normal nicht raus, ne? Das war einmalig. Obwohl, doch geht. Passt. Weil, hier kommen wir gleich direkt zum Stühlchen, da will ich ja auch nochmal hin. So. Was haben wir denn? Was können wir denn? Wusch! Ich würde gerne, ich habe gemerkt, man bekommt scheinbar doch Munition, wenn man die Waffe, ähm, hier im Magazin nachladen tut, ne? Also, ich würde sagen, machen wir da noch einmal Kapazität. Ja, vielleicht haben wir jetzt da acht Kugeln dafür bekommen. Das wäre super. Mh, 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 mh. Was würde sich da noch anbieten? Hier vielleicht Granate noch eine. Ja, das können wir machen. Passt. Jetzt müssen wir zwei Granaten haben und noch mindestens einen Schuss, ähm, von der Pistole, hoffe ich. Wie viel haben wir? Gar keine. Okay. Haha, dann war das doch verkehrt. Hier haben wir auch nur eine. Schade. Ich habe gedacht, dann habe ich sie doch gefunden, eine Granate. Ach, schade. Ich dachte vielleicht, dass ich das Magazin mit auflädt, aber nein, so viel Glück haben wir natürlich nicht. Egal. So, Gnädigste, wir wollen speichern, bitte. Und zwar hier hin. Ja, das passt gut. Ja, bitte. Die Firma dankt. So. Dann gehen wir halt weiter in unserem Elend. So. So, die laden wir mal ein bisschen nach. So. Zack. Und wir setzen das gute Stück ein. Dann müsste sich, dann müssen wir da drüben. Also, wir können vielleicht beides machen. Also, zuerst drüben und dann hier. Okay, es explodiert nichts. Es tut sich nichts. Gut. Gut. Ich hätte vielleicht noch mal speichern sollen. Ist vielleicht nicht verkehrt, ha? Ist vielleicht echt nicht verkehrt. Ich weiß, ich bin lästig. Es tut mir leid. Ich habe immer ein bisschen Angst. Ich bin zu übervorsichtig. Wahrscheinlich in manchen Fällen zu wenig. In diesem Fall zu viel. Ja, ihr kennt mich ja. Na, mir geht es da in dem Spiel generell nicht gut. Nein, nein, nein. So. Wir speichern. Passt. Jetzt fühle ich mich ein bisschen wohler. Und, ähm... Schauen wir mal, was uns da drüben erwartet, ne? Ähm... Ich bin ja eigentlich am überlegen, das Scharfschützengewehr zu nehmen. Weil wir dort doch ziemlich viele Patrönchen haben. Und die Schrot ist halt super für Nahrkampf. Was strömt denn hier aus? Wasser. Oder Gift. Gift, ha? Dann machen wir mal aus. Okay, wiederholt drücken. Ich habe schon gedacht, ich muss oben bleiben. Obwohl da steht, wiederholt drücken. Aber naja. Egal. Egal. So. Na, nechübida. Haa. Hm. Hm. Ma. Ist da auch einer? Alter. Alter. Äh, nachladen. Alter. 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 Das müssen wir verbrennen. Also den. So, ja. Geht das jetzt auf? Ja, sehr leise und charmant. Oh, alter Schalter. Okay. Da ist soweit nix. Dumm. Was? Streichhölzer? Kann man immer brauchen. Okay. Äh, nachladen. Ähm. Okay, da geht nix. Wie schaut's da oben aus? Ja, unbedingt nachladen. Ähm, wir bleiben aber bei unserer... Oh, da haben wir auch nicht mehr viel, ne? Scharfschütze. Ähm, egal. Ich mag diese Bomben nicht. Was? Ja, es ist immer ein bisschen zu früh, was ich mach. Immer. Ach, wir werden's sowieso verrecken. Ist ja eh wurscht. Äh, ich hab das zwar richtig. Puh. Ja, ich glaub das war okay. Ihhh. 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 Pfff. So. Ja. Sehr gut. Supi. Hervorragend. Sehr gut. Ja, ich sollte ne Spitze nehmen, ne? Wir haben jetzt vier Stück. Passt. So. Das war natürlich wieder mein eigenes faire Schulden. Was soll ich machen? Ui, ne Axt. Die hatten wir schon lang nimmer. Die nehm ich gern mit. Halt, ich will da raus. So. Jetzt wär was zum Speichern, nicht schlecht. Jetzt ist die Frage. Hier rein. Und Bombe. Da ist wieder eine, ne? Oh, ich hasse so schnell. Wow. Geschafft. Wow. Geschafft. Woo. Supi. Da kommt Freude auf. Super. So. Auf die Hiten. Oh. Äh. Äh, was? Nein, ich will noch nicht runter. Ich glaub ich hab grad die Axt hingemacht. Hä? Was ist das denn für ein komischer Tresor? Ähm. Jetzt ist die Frage, wie geht der auf? Warum hat er gehüpft? Hä? Hä? Meine Axt ist auf jeden Fall jetzt weg. Glaub ich. Ähm. Was stimmt mit dem? Nicht. Ich mein, dieses Drahtgestell müsste eigentlich weg, aber... Das bringt's irgendwie nix. Der stampfen kann ich ihn auch nicht? Hä? Vielleicht war das einfach nur so ein Gag. Ähm. Ich sollte die Waffe vielleicht dann wechseln. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, Scheiße. Was war denn das jetzt grad? Was zum Teufel war das jetzt bitte grade? Alter. Na, mich trifft heute noch der Schlag, ey. Mich trifft heute echt nochmal der Schlag. Alter. Ich, ich hab schon voll... Ich glaub ich werd krank. Was? Was denn? Alter, ich triff nix mehr. Alter. Unglaublich ist das. Unglaublich. Ich... Aha. Ich werd schon schwächer. Ich werde schon schwächer. Ja, ich würd gern was zusammenschlagen, echt. Ich würd echt gern mal was zusammenschlagen. So. Ähm. Gut. Ähm. Nachrüsten. Also nachladen. Nicht rüsten. Nachladen. Da sind wir arm wie ne Kirchmaus. Da sind wir arm. Da haben wir da was und so. Okay. Ähm. Also weiter mit Scharfschütze. Ähm. Ah, da drüben geht's runter. Okay. Soll ich denn verbrennen? Wir haben nur mehr zwei Streichhölze. Ich glaub die lass ich lieber. Okay. Also nix mehr runter. Die Lampe wär auch gut. Ach, schon wieder ne Bombe da unten. Diese Bomben sind ja auch was nerviges, ne? Also ich mein so richtig. Kontrollpunkt. Na, immerhin. Okay. Alter. Mir ist voll kalt. Mensch. Ich seh nix. Ich hasse diese Waffe. Nein, ich liebe sie. Aber trotzdem. Scheißlich. Echt. Scheißlich ungut. So. Gut. Ich hab fast keine Munition mehr. Das gefällt mir alles ganz und gar nicht. Gut. Oh, Mann, ey. Ich hab vielleicht vorher noch ne Spritze nehmen sollen. Ähm. So. Verschmähnt mal gleich alle, ne? Oh, ich werd so sterben. Ach. Ja, war klar. Das war zu spät. Ich hab's ja gewusst. Diese Dinger machen mich immer nervös. Ich werd jetzt, glaub ich, sprengen. Das ist... Das zahlt sie, glaub ich, schon nicht aus mehr. Was ich da mach, das ist echt übel. Das ist halt echt nicht mehr witzig. Ich hätte ne Granate schmeißen können, fällt mir grad ein. Hm. Wäre ich mit Sicherheit besser gewesen. Na. Boah. Noch ne Falle. Nanu. Achso, halten. Okay. Okay, dann halt mal. Gut. Da ist scheinbar wieder was, wenn ne Kerze da ist, ne? Alter. Ich hasse es. Unfassbar. Jetzt bin ich blank. Jetzt hab ich nix mehr. Was will ich denn mit nem Blend bolzen? Was? Was? Alter. Ich komm da nie durch. Ich komm da nie durch. Never ever. Wie das spiel ich zu schlecht? Ich komm da nie durch. Never ever. Wie das spiel ich zu schlecht? Was machen wir? Ich hab keine Ahnung. Na, großartig. Echt. Alter. Oh, der Part wäre zu Ende. Der Part wäre zu Ende. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir beenden das Desaster hier. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.